gott habt ihr das ausgemessen leute ernsthaft jetzt ich wusste es ich wusste es die strecke ist zu schmal hier guck das mal an das ist doch nicht normal guck mal hier da passt doch das passt doch nie im leben das ist nicht mein fehler nee 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 leute so nicht was machen jetzt er will ja aber klar und das wird es mir jetzt im live schon erzählen dass wir zu viel bezahlt haben auch richtig doch nicht auf ich habe es bezahlt ist jetzt ja aber weißt du was jetzt viel schlimmer ist hallo du erzählst mir jetzt irgendwas hier von einer preisdifferenz von 500 zu 900 euro ja weiß was viel schlimmer ist ich habe mich hier festgefahren ich komme nicht mehr weiter frau das was ich meine was ist jetzt wichtiger die flüge statt 900 500 euro oder dass ich mich hier festgefahren dass du hast kein bh an muss ich den stream jetzt beenden haben wir zeit sie hat kein bh so was machen jetzt hier das ist das also das was wir also